Musik Musik Servus, das Video dreht sich um das Angeln im Frühjahr, der Zielfisch von mir ist Schleie, natürlich bist du nicht gegen Karpfen, Brassen oder Giebel oder ähnliche Sachen gewappnet, aber das ist halt dann einfach ein Beifang, den womit, ähm, es kommt schon wieder irgendein Auto, na egal, ähm, der Plan sah so aus, ich habe mir einen Gewässerauszug, von dem ich wusste, dass dort Schleien sind, sonst macht es relativ wenig Sinn, äh, auf die Fische zu gehen, da die nicht mehr so allzu häufig vorkommen, außer vielleicht, wenn sie direkt besetzt sind, dann, äh, hat man da große Chancen drauf, der Plan war, also sich ein Gewässer zu suchen, in dem Schleien vorkommen und das Gewässer auch ein bisschen auszuwählen nach der Beschaffenheit, ja, also quasi das wo, gar am Anfang oder ist ganz entscheidend, ähm, ähm, eher noch entscheidender ist das wann, und zwar habe ich mir einen See ausgesucht, der a, an dem Fischbestand hat und b, ein, eine recht ausgeprägte Flachwasserzone, ja, das sind ja alles Kiesgruben, die haben so eine Badewannenbeschaffenheit, aber an dem Platz, an dem ich mir, äh, dem ich jetzt hier auch sitze, ähm, schon seit Mitte März, also Anfang März schon, da hat's Wasser noch unter 8 Grad gehabt, also da war's schon richtig zapfig noch, ähm, da habe ich so, äh, zwischen, äh, zwischen sechs und zehn Meter geht's um den, um so eine Art Halbinsel, geht eine Flachwasserzone außenrum, äh, da geht die Kante hoch von über drei Metern, zwei Meter, drei Meter, was weiß ich, je nachdem, wo man grad lotet, auf ungefähr 1,30, 1,50 hoch, und das war die Stelle, die ich mir quasi ausgeguckt habe, da habe ich auch ein kleines Echolotfoto, also vom, ähm, vom Ausloten, eine kleine, ja, eine Zusammenfassung, und das, äh, sagt schon einiges drüber aus, denke ich, warum ich grad jetzt im Frühjahr den Platz gewählt habe, Gründe sind, äh, offensichtlich, also, abgesehen vom Offensichtlichen, dass ich halt ins Flache gehe, dass ich die Fische im Flachen suche, und, ähm, ähm, es ist quasi so die einzige richtige Stelle, die man hier befischen kann, und die man, äh, äh, die flacher ist als der Rest, also das ist eigentlich deutlich so ein, so ein, so ein kleiner Hotspot im See, so eine richtige Markierung, eine richtige Marke. Ich hab dann nicht nur die Tiefe ausgelotet, sondern auch mal mit einem kleinen, äh, äh, Thermometer immer die Temperatur mal ein bisschen gemessen, also das Wurfächerloh, das ich verwende, äh, den, äh, Deeper, den Chirp, der zeigt natürlich einem die Wassertemperatur auch an, allerdings eben an der Wasseroberfläche, was mir jetzt allerdings recht wenig bringt, ja, und ich hab dann einfach an ein bisschen Schnur, eine, eine kleine, so einen kleinen, billigen Thermometer hingehängt, um einfach mal so ein bisschen zu verfolgen, ja, wie das Wasser sich hier so entwickelt, ja, also ich hab angefangen bei 8 Grad, bei 1,50 Meter Tiefe, und, ähm, da blubbert's ganz schön da draußen, ja, es ist Abendszeit, es kommen die Brassen, glaub ich, raus, und, ja, ähm, das haben sie mich unterbrochen, Entschuldigung, ähm, ja, ich hab einfach die Wassertemperatur auch noch ein bisschen gemessen, um, um zu gucken, wie sich der Platz hier entwickelt, also ich hab, wie schon gesagt, bei unter 8 Grad angefangen, und die, also es ging richtig los ab 10, ja, zwischen 10 und 12, also ab 12 Grad, da hat man schon richtig gemerkt, dass wirklich Aktivitäten da sind, dass die Fische gebissen haben, regelmäßig gebissen haben, und das war so der, wirklich der, der Punkt von der Temperatur, wo es wirklich gute Fänge gab, ja. Was ich festgestellt hab, von der Temperatur her, es ist jetzt weniger, ähm, ausschlaggebend, was es tagsüber für Temperaturen hat, sondern nachts. Also wir hatten nachts, äh, Anfang März mal 2, 3 Tage, wo es frostfrei war, wo wir richtig schönes, äh, schönes mildes Wetter hatten, da hab ich am nächsten Tag, also unter Tags, Nachmittag, Vormittag, hervorragend gefangen, ja, und, ähm, paar Tage später, als die Temperaturen dann wieder unter den Null gegangen sind, und wir Ostwind bekamen, da ging dann gar nichts mehr, also da waren dann wieder tote Hose, die einzigen Fische, die man dann gefangen hat, die waren dann an den tieferen Kanten unten drunter, ich denk mal, die haben sich da einfach zurückgezogen, bisschen vom kalten Wind, oder durch die, die Umwirbelung, was ja am Wasser herrscht, was man ja auch haben will, durch die, äh, Aua, der kriegt was. Ah, das könnte ein Schleiß. Ah, das könnte ein Schleiß. Ja. so wird man glaube ich gern unterbrochen zählfisch so wobei stehen bleiben ich glaube bei der temperatur also die temperatur nachts in verbindung mit dem wind aus osten hat nach der kurzen periode wo es gut gebissen hat eigentlich das angeln komplett verlagert also aus der flachwasserzone in der ich mir quasi so meinen kleinen platz aufgebaut hatte ich habe ganz wenig futter rein ein bisschen Dosenmais vielleicht ein, zwei Handvoll Beulis auf zwei Plätze verteilt also so kleine 10 mm, 12 mm Beulis und Maden mit dem habe ich am Anfang gefischt auf jeden Fall die Nachttemperaturen waren dann wirklich entscheidend und man hat wirklich gemerkt also das wäre für mich so der Knackpunkt wo ich das Angeln im Frühjahr festmachen würde die Stellenwahl, dass ich ein See habe wo ich ziemlich sicher sein kann dass da eine Flachwasserzone dass es da eine Flachwasserzone gibt und dass ich die befische und wenn dann die Temperaturen stimmen ja dann lohnt es sich wirklich also ansonsten fritt man sich der Arsch ab und es beißt halt nichts oder eben im Tiefen mit Method Feeder oder mit Lebendköder so ein bisschen da geht dann da schon was auf Praxen oder sowas oder Karpfen und vielleicht auch Schleien und Giebel als Beifang aber als es die richtige Zeit für mich wo es sich herauskristallisiert hat war wo ich im Flachwasser gefischt habe ja also die Nächte nicht mehr unter Null also deutlich im Plus und dementsprechend dann auch ein milderer Wind ja dann auch nicht mehr nicht ganz so früh angefangen zum Angeln sondern das hat dann eher immer so am späteren Vormittag ein bisschen gebissen oder eben dann abends also nachmittags jetzt haben wir es auch schon deutlich die Sonne geht langsam unter jetzt haben wir schon nach 17 Uhr jetzt war tagsüber jetzt ein bisschen tot aber und jetzt geht es los das hatte ich eigentlich das war eben das was ich im Frühjahr auch immer also als ich noch im März also jetzt haben wir es Ende April als wir noch im März waren das ist das was ich da auch feststellen konnte eben nicht mehr so diese frühen Stunden sondern eher dann tagsüber wo es dann das Wasser sich leichter wärmt hat mit mit Untertitelung. BR 2018 Zu den Montagen gibt es eigentlich nichts groß zu erzählen. Später komme ich nochmal auf die eine Montage zurück, die man vielleicht ein bisschen näher erklären kann. Ich hoffe, mir reicht das Licht noch ein bisschen aus. Im Moment war es so der einzige Tag, die einzigen Stunden, wo ich ein bisschen Ruhe am Gewässer hatte, wo ich so ein bisschen die Moderation machen kann. Und zwar im Moment fische ich mit Festblei aufgrund, mit kleinen Beulis. Ich habe aber auch mit Pop-Up-Mais und mit Maden, die ich noch an den Mais nur habe hinmachen können, gefangen. Das ist jetzt nichts Besonderes. Also ich fische hier relativ ufernah. Das ist jetzt keine spezielle Montage. Was ich feststellt habe, dass ich mit ganz kurzen Vorfächern, also was weiß ich, so 10 bis 15 Zentimetern gefischt habe, habe ich relativ viele Fehlbisse bekommen und auch seitlich gehakt und viele Aussteiger. Also das war nicht so schön, wo ich auch wusste, dass Fische dran waren, also Schleien dran waren. Das merkt man einfach während dem Drill, dieses Bohren, wie eine Hilti ist das, wenn man Beton wegspitzt. Und da habe ich dann das Vorfach auf über 20 Zentimeter verlängert. Ein längeres Haar, beziehungsweise der Köder, endet am Ende vom Hakenschenkel, also vom Hakenbogen in dem Fall. Festblei, zwei Gummiüberschübe über der Wirbel und über dem einen hängt das Blei, natürlich Richtung Hauptschnur. Vorfach. Schussel, Schussel. Hier sieht man das kleine Tungstenknetblei und der Köder. Das sind so ungefähr 5 Zentimeter. Und so treibt das Ding dann auf, und zwar natürlich nach oben. So. Wenn man das vom Grund so absteht, dann ist man weit weg von den Pflanzen, ist man auch weit weg von den Steinen. Musik. 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 ZANG EN MUZIEK 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 Musik 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 So, die zweite Methode, die ich hier jetzt gerade am Anfang viel verwendet habe, als die Lichtverhältnisse ein bisschen anders waren. Also jetzt knallt die Sonne hier rein, dass man teilweise gar nichts mehr sieht. Und zwar eine meiner Lieblingsmethoden, gerade im Frühjahr, gerade wenn die Bisse nicht so wild und nicht so häufig sind, wenn nicht zu viele Weißfische am Platz sind, und zwar ist das die Liftmethode, die Liftmontage mit dem aufgelegten Blei und mit dem aufgelegten Köder am Grund. Ich habe schon mal in einem anderen Video über die Liftmethode geredet, und warum verwende ich sie? A, weil es eine sehr schöne Angelei ist. Die Bisse sind ganz super, also toll. Also wenn jetzt gerade hier so ein langer Kiel sich aus dem Wasser rausliftet, dann ist das einfach ein schöner Anblick. Und ich glaube, gerade was Posenangeln anbelangt, da kommt dem nichts hinterher. Also es ist klar immer schön, wenn eine Pose abzieht, aber wenn die sich erst aufrichtet, aus dem Wasser rausliftet, sich möglichst nur umlegt vielleicht, also gerade wenn man jetzt mit kurzen Posen fischt, dann legt sie sich wahrscheinlich erst noch um und driftet langsam weg. Ja, je nach Köder, dann wenn man sich ein bisschen Zeit lässt, dann ist das einfach eine schöne Angelei. Und der Vorteil der Liftmethode ist, da man die in der Regel an gestraffter Schnur fischt, das ist eine sehr direkte Methode. Also man verangelt eigentlich kaum Fische. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals einen Fisch mit der Liftmethode verangelt hätte, außer ich verpenne den Biss und der Fisch, der dreht wirklich seine Runden durch den See. Was aber ja wirklich nicht Sinn der Sache ist. Auf jeden Fall, Liftmethode hat man vielleicht schon ein bisschen gehört. Letztens war in der Fisch und Fang sogar noch ein Video drin, wie ein Profikarpfenangler mit der Liftmethode gefischt hat. Fand ich jetzt nicht ganz von der Ausbebleihung oder von der Austachregelung von der Pose nicht ganz so ideal. Aber hey, der hat super gefangen, besser als ich hier. Und deswegen werde ich da einen Teufel tun und da irgendwas kritisieren. So, was ich allerdings, jetzt kommen die Mücken schon, was ich euch mal ein bisschen zeigen will, sind Posen, was man zum Liften fischen kann. Und zwar, theoretisch kann man die Liftmethode mit jeder Pose fischen. Allerdings macht es ja, die Bissanzeige geht ja über das Liften der Pose aus dem Wasser hinaus. Also macht es ja eigentlich Sinn, wenn ich Posen fische mit einem langen Kiel oder auffällige Farben, damit ich sehe, dass überhaupt was passiert. Ein Schwimmer, der untergeht, da brauche ich nicht besondere Dinger fischen. Die können kurz sein, die können lang sein, das spielt keine Rolle. Die Länge ist dann von der Stabilität her ein bisschen anders bei Wind. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. So, und bei der Liftmethode ist es einfach schöner, wenn man ein bisschen Hub hat, ja, ganz einfach, wenn man ein bisschen was sieht. So, ich denke, die ersten Posen, die man zum Liften, allgemeinposen, was man überhaupt verwendet hat, ja, das sind die Stachelschweinborsten, ja. In dem Fall ist es eine unbemalte, also ich wollte mal ein bisschen daheim im Winter Posen basteln. Wir hatten keinen Winter, also habe ich daheim keine Posen gebastelt. Es ist immer noch eine super Pose, ja. Wenn man da einen roten Punkt oben drauf macht, ja, und durch dieses Zebra-Muster, ja, wenn sie die sich rausliften, dann hat man auch nochmal einen richtig schönen visuellen Reiz, ja. Man sieht es einfach gut, ja. Was alles noch ein Vorteil von der ist, die hat nicht so arg viel Tragkraft. Also lang bei der lang wahrscheinlich schon anderthalb, zwei Gramm Blei. Um die komplett auszubebleien, kann man das Grundblei also wirklich schön nur mit einem Blei fischen, ja. Das ist eine tolle, unauffällige Montage. Die Pose macht man fest oder man macht so einen kleinen Adapter noch hin oder je nachdem, wie man die halt an der Schnur sich festmachen möchte, ja. Und das Ackerschrott, das Einzige, liegt dann quasi auf dem Grund. Also das ist das Ursprünglichste, denke ich, ja, was man machen kann. So. Also, so Stachelschweinborsten, ja. Also Posen bekommt man kaum noch welche, außer im ausgesuchten Handel, ja. Aber bei Ebay oder, ja, Amazon, Ebay oder was weiß ich, bekommt man die rohen Borsten. Also das ist alles kein Problem. Was jetzt auch schöne Posen sind, ja, das sind die hier. Das sind, die sind aus Ried, also Sarkanda. Äh, Sarkanda ist ein Gras, ja, ein Süßgras. Das kommt aus Indien, Pakistan. Und das sind jetzt Posen, die sind von einem polnischen Hersteller. Äh, Jackson, Jackson, also mit X in der Mitte oder Shark, je nachdem. Ähm, das ist der gleiche Hersteller unter anderem Namen. Habe ich in Deutschland mal ein paar gesehen, die sind super verarbeitet, aber dann hat der Händler leider nicht mehr hergetan. Und deswegen habe ich einfach dann im Internet nach denen geschaut und ich habe sie auch bei Facebook angeschrieben. Die haben mir geantwortet, ich soll dann unter Jackson schauen. Da werden sie auch verkauft, da sind sie gängiger. Alles klar, habe ich gemacht. So, die gibt es in verschiedenen Größen, sind super lackiert, haben jetzt auch nicht allzu viel K-Kraft. Also die kleine Pose, was man da sieht, die hat ein Gramm, die mittlere zwei und die große hat nur drei. Ja, das kann entweder vom vielen Lack kommen oder einfach aufgrund des Materials. Das sind auch wirklich schöne Posen, die man wirklich, also die würde ich jetzt zum Beispiel einsetzen, wirklich im Nahbereich, bei wenig Wind und in der Nähe von Seerosen, weil eins muss man auch dazu sagen, die sind sehr günstig. Ich glaube, da habe ich pro Pose 70 Cent bezahlt, irgendwie sowas umgerechnet. In Polen gekauft, mit Versand, habe ich noch ein bisschen Futter mitbestellt, 70 Cent. Also das sind schöne Posen, aber wenn ich da eine verliert, dann ist das jetzt kein Beinbruch. Die kann man locker auch mit einem Blei fischen oder mit zwei Schroten, die die Pose fixieren und dann ein Blei am Grund. Also vor Seerosen, ohne Wind, auch mit auftreibendem Köder, sind das super Posen, also das ist ganz toll Angelei. So, was ich dann die meiste Zeit fische, also was ich auch hier, was man auch im Video sieht, das sind die Driftbeater Posen, und so ein mittlerer, dickerer Körper, so, wie nennt man das, Zwiebelform, dann eine lange Antenne und oben drauf so ein Pilot. Die pariert man aus, bis nur noch der Pilot aus dem Wasser schaut, dann haben die Wellen oder der Wind hat kaum Angriff. Das ist der Sinn von den Driftbeater Posen. Das ist die kleine, das ist eine Gravel Pit Antenne, wird leider nicht mehr hergestellt. Die große ist der gängige Driftbeater von Drenon. Die kann man so noch kaufen, die sind gar nicht mal so teuer. Der eine, das müsste jetzt dreieinhalb Gramm sein oder sowas. Je tiefer es wird, umso größer und umso schwerer fischig. Also das wären so andere Posen, was noch super funktioniert, was auch wunderschöne Bisse sind, weil sie ganz, ganz smooth rausgleiten. Also wirklich schön. Und gegenüber Wind, was hier ab und zu ein richtiges Problem ist, teilweise gegen den Wind, ja, da helfen sie auch, weil es einfach die Montage nicht so verdriftet. Dann auch noch so ein paar modernere, ja, das sind jetzt hier von Midi und von Drenon, diese Crystal Posen. Ja, eigentlich alles relativ lange Posen. Eine ist jetzt vorbebleibt, ja. Kann man auch nehmen. Das sind so Allround-Dinger, die kann man, wenn man es normal auf dem Grund auflegt oder eben auf Lift-Methode, die sieht man halt einfach. Die sind halt lang, ganz einfach. Dann Peacock, also Pfauenfeder und Weckler. Das sind jetzt John Porter. Ich habe mal ein ganzes Konvolut gekauft, da sind einige dabei. Also das sind auch ganz, ganz tolle, sehr unauffällige Posen. Der ist jetzt auch vorgebleibt. Ja, also das sind typische Weckler, also die kann man da genauso gut verwenden, wie jetzt für das normale Weckler fischen. Die kann man auch schön im Fluss annehmen. Was ein bisschen Spezieller ist, das sind die hier, ja. Also ich weiß nicht, ob man es sieht, weil die ist sehr filigran. Und zwar ist das auch ein Pfauenfeder-Kiel oder ein Feder-Kiel mit unten und einen kleinen Körper dran. Das ist die Tension Perfection. Wenn ich jetzt wirklich Platz hätte ohne Ende und ich wüsste, ich würde nicht abreißen, dann würde ich die hier fischen. Weil das ist die klassische Lift-Pose für mich schlechthin. Ja, die ist unheimlich fein. Also die Spitze ist so fein. Teilweise reicht der Hakenköter und der Haken, das Gewicht von beidem aus, um die Pose vollends auszutarieren. In dem Fall, wenn wir Lift fischen, dann legt man mit dem Blei auf normalerweise. Da macht es nicht so einen riesen Unterschied. Aber ansonsten sind es sehr, sehr feine Posen. Gibt es leider kaum noch, werden nicht mehr hergestellt. Gibt es noch von Stuart Shape. Der baut die, ich will nicht sagen nach, weil das hört sich dann so mit, also nachbauen, das ist vielleicht ein bisschen was Negatives. Aber der baut wunderschöne Posen. Die hier, die finde ich ab und zu mal bei Ebay, Ebay Kleinanzeigen in Konvoluten drin. Also wer jetzt eine verkauft und wer die nicht braucht, bevor sie nur rumliegen und alt und spröde werden. Ich habe da so einen kleinen Posenfetisch, glaube ich, ein bisschen. Junge, Junge, Junge. Also wenn es jetzt beißt, heiland, zack. Also auf jeden Fall, wenn die jemand nicht braucht, das ist quasi die Drift, also die Liftpose schlägt dann. Die ist oben auch relativ dünn. Die ist auch relativ dann, also sehr stabil gegen die Winde, gegen die Strömung. Also das funktioniert alles. Sie vereint alles. Allerdings ist es schwer zu bekommen und dementsprechend auch ein bisschen teurer geworden. Und deswegen nur im absoluten Notfall oder wenn es ganz, ganz klassisch ist. I love my love Oh, will he know I love the ground Where on he goes And I wish the day It soon would come When he and I Could be as one Black is the color Of my true love's hair This is natürlich jetzt Transportmontage. Hier sieht man vielleicht auch ein bisschen die Bebleiung. Ich werde nachher die Meiste Bebleiung, also so gut wie 90-95% des Bleigewichts Relativ nah Ich schiebe es mal ein bisschen auseinander Relativ nah an den Schwimmer stellen Je tiefer das Wasser, umso eher ziehe ich auch diese Bebleiung ins Mittelwasser Damit mein Köter schnell aufgrund runter geht So, das letzte Blei, das sogenannte Ankerblei Kommt relativ kurz vor den Haken Also der Haken ist jetzt hier, das ist jetzt in Größe 14, weit gelb Und hier zwischen Haken und Blei habe ich ungefähr 10-12 cm Das kann man bis auf wenige Zentimeter runter regulieren Also je eher, je weiter das Blei quasi am Haken dran ist Umso schneller ist die Bissanzeige an der Pose Wenn ich jetzt kleine Köterfisch und Angst habe, dass ich die Fische verangele Was sehr, sehr selten vorkommt Ganz selten bei der Liftmontage, weil die sehr direkt ist Dann schiebe ich das Blei näher an den Haken hin Wenn ich jetzt größere Köter wie ein Tauwürmer oder Würmer oder Taig oder irgendwas verwende Wo ich dann Fische ein bisschen Zeit geben muss, um den zu schlucken Dann schiebe ich das Blei weiter weg So, wenn ich jetzt, man kann die Liftmontage auch mit auftreibenden Köterfischen Dann tut mir hier ein kleines Pop-Up Maiskorn an den Haken hin Dann ziehe ich natürlich das Blei relativ nah hin So und das, und dann ist es ganz normal wie bei der Haarmontage, Karpfenmontage Das, was ich an Blei an der Seite, was ich an Entfernung Bleihaken habe Das treibt der Köter auf Das funktioniert super, habe ich auch schon probiert Also wie schon gesagt, das meiste Blei habe ich in dem Fall Weil es bloß 1,20, 1,30, 1,40 Meter Wasser Tiefe ist Relativ nah am Schwimmer Wenn ich jetzt tiefer ins Wasser gehen würde Und mal den Köter schnell auf dem Grund liegen haben Dann gucke ich, dass ich mal diese Hauptbebleihung im unteren Drittel der Wassersäule quasi platziere Die Liftmontage wird übertief eingestellt Man kann sie auch akkurat einsetzen, aber dann hat man halt vom Grund nach oben zur Pose einen rechten Winkel Das heißt, wenn man jetzt Fische hat, die dann auch mal senkrecht wie die Schleie frisst Dann hat man viele Schnurbisse Ich stelle die Pose übertief ein Das können bis zu 15, 20 Zentimeter sein Um einfach den Winkel stumpfer zu machen Also ich will keinen rechten Winkel haben Ich will, dass die Schnur ein bisschen vom Platz weg ist Ja, dann liegt das Ankerblei auf Und die Schnur geht in einem anderen Winkel Also nicht 90 Grad, sondern geht in einem stumpferen Winkel weg Richtung Pose Das heißt, ich habe meine Hauptschnur weg aus dem Wedelbereich, Fressbereich des Fisches Und das geht natürlich nur, wenn man an gespannter Schnur fischt Nochmal was zum Ankerblei In dem Fall, jetzt bei diesem Schwimmer nicht Weil der Pilot oben auch relativ viel Tragkraft hat Weil wenn jetzt ein Wrackler ist Dann überbleihe ich mit dem Ankerblei die Pose Also ich will auch einen ordentlichen Anker haben Das ist jetzt ein 0,4 Gramm Schrot Das muss ich hier Oder könnte auch ein bisschen mehr sein Es ist sogar ein bisschen mehr bestimmt Aber das brauche ich, weil ich habe hier auch eine komische Seitenströmung Also es ist ein bisschen faszinierend, wie das Wasser Mal zieht es rein, da sieht man in dem Wasser den Schnurrbogen schon Dann bekomme ich teilweise auch Schwierigkeiten, dass ich die Pose nicht aufgerichtet bekomme Oder sie zieht in die anderen Also ich habe hier richtig Strömung, richtig Tite drin Ich weiß nicht warum, auf jeden Fall ist es so Deswegen habe ich hier relativ starkes Ankerschrot, ein schweres Ankerschrot genommen Die Engländer fischen teilweise ein SSG Und das sind glaube ich anderthalb Gramm oder sowas sogar Also das funktioniert auch Ja, also mit diesem überblei ich in der Regel die Pose ein bisschen Dann weiß ich auch, dass ich auf Höhe bin Wenn die Schnur untergeht, dann weiß ich, ich bin jetzt an der falschen Stelle Wenn man an Kanten fischt oder sowas, ist das gar nicht schlecht Die Pose geht unter Ich weiß, dass ich zu weit rausgeworfen habe Ich ziehe ein bisschen rein Die Pose steht Ich kann die Pose quasi dann straffen Also das Ankerblei, das sind die 90% von der Bebleiung Und durch die Schnurstraffung ziehe ich die Pose unter Wasser Und dann guckt nur noch der Pilot raus Und das mache ich bei anderen Posen genauso Ja, und dass man natürlich dann In dem Fall macht die Antenne nichts, sie hat keine Tragkraft Aber wenn das jetzt eine andere Pose ist Die ich dann, wenn ich die Schnur spannen will Da brauche ich natürlich ein gewisses Gewicht Unten auf dem Grund Sonst verzieht es mir die Montage Oder durch die leichte Strömung Vertriftet es mir dann trotzdem Ich überwerfe jetzt den Platz Roten Spitze runter Einkurbeln Warten, bis der Schwimmer sich aufrichtet Also bis die Montage am Grund ankommt Dann lege ich die Route gleich ab Und dann wurde die Schnur nur noch gespannt Bis die Antenne untergeht Und nur noch der Pilot rausguckt Ich Additionalức Der Wind Därende Därende Die M permanent Es Die Därende Die Die Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020